Ja, herzlich willkommen! Hier ist euer MrTintel98. Ja, wir spielen heute, wie ihr sehen könnt, Minecraft. Das erste Minecraft LP auf diesem Kanal. Wird das dann sein? Ja, das erste Minecraft LP auf diesem Kanal. Ja, ihr kennt mich vielleicht von meinem anderen Channel, GTL-Movies. Sagt euch vielleicht was. Vielleicht kennt mich meint ihr auch vom Knotbeck in Minecraft-Server. Da spiele ich auch. Ja, ich habe jetzt hier gerade eine neue Welt begonnen. Hab jetzt eigentlich so gut wie keine Rohstoffe. Das ist irgendwie jetzt scheiße, weil ich ja auch ein Haus bauen will. Ja, das ist jetzt irgendwie alles scheiße. Ich wäre gerade dabei, wenn ich versuche die Maus hier irgendwie hinzustellen, dann wäre ich alles runter. Das ist alles hier bis zum Ungeordnet. Ja. Ja. Oh, geil, ne Schlucht. Und was für einen, ob ich da gerne mal entspringen? Ich könnte den Block hier wegkommen. Soll ich das Wasser springen? Ne, ich mache es später. Naja, ja, ja, bla, bla. Stört ein bisschen Musik. Ja, die wollte lieber mal nicht schlagen. Tut mir was. Jetzt fang ich jetzt mal an hier. Im Westen fang ich mal an. Ich drehe mal schon die Musik ein bisschen. Nein, ich muss hier umgreifen, da ich mit zwei Computern arbeite. Oh, scheiße. Ach, einfach, das ist ein Lied machen. Ich bin nicht bekloppt. Ich drehe hier durch mit dem Scheiß. So, ja. Ach so. Ich bin nicht bekloppt. Du, nee, ich bin nicht bekloppt. Ja, du hast weiter null. Ich bin schön. Gleichgewicht zu sehen. benutzt vielleicht in der Schilder kommen ich bin super das kommt mal unser kanal ja gebetet erhältlich sind zu dritt wir werden wahrscheinlich auch alle mein kopf ist es machen oder andere spiele es ist jetzt auch wahrscheinlich noch die Gruppe von mir jetzt PS3 Videos zum Beispiel von GTA 4 meine Kumpel von mir später auf den PC Sims 2 macht dazu dann wahrscheinlich LPS ja es ist wirklich ein Allround-Gaming-Kanal ich werde es erst mal mir ein bisschen Holz besorgen dass ich erst mal mich in den Berg reinbauen kann naja da brauche ich eigentlich kein Holz für aber ich will ja erst mal ein Level für die Nacht das ist schwierig, wenn ich hier bin ich werde mal auf normal machen das ist hier ja in diesem Fall werden so ungefähr 15 Minuten gehen ich werde es hier eh die Kitschiff Tiefel sind als falschen Tastengewürdig die Ex-Motin ich benutze hier ist die Wälder zu dem Entschuldigen die Pläne der übrigens auch auf diesem Kanal Minecraft LPS nach heute werden wahrscheinlich noch ein paar andere Folgen kommen ich werde da oben ein Hausbommer kommen die drin und wie gefällt es ich habe übrigens keine Leute denn die nicht die Welt einfach direkt an einfach regeneriert einfach generiert um die Jahr die Welt das ist wirklich die Welt ist wirklich super scheiße ich hab schon wieder Hunger nicht in real life ey es ist doch ne ne Village scheiße Village scheiße hoffentlich mit Schweden u was für ein Glück das ist eigentlich auch geil oh nein was für ein oh das ist wirklich so genial das darüber freut man sich als Mancruster da wenn man die DAS noch in ein zu weinen jetzt kann ich keine Schmiede da hinten ist einer ohne Schmiede warum voll auf den Kaktus das doch wo er den ich jetzt abwechseln könnte mit der bloßen Faust auch Gold naja Hausbeutel gering bis hin das Problem ist jetzt hier wieder wir haben keine Schäfchen ich würde gerne Schafe scheren ich frage mich gibt es einen Mod mit dem Schafen finden kann es ist immer ein Problem Schafe zu finden immer habe ich auch vielleicht hätte ich erst mal ein paar Spanien hier ist Kornel du Arsch ja das ist durch den Spanien der Hass gegen sie die Schweine Hälfte kommen auf Facebook meine Arschloch Arsch Scheiß werden Ach so ein Dreck Lala ich mache dich fertig ich komme dich hoch super und fett in Fresse nachdem ich so viel wir nehmen wieder sieben Minuten auf oder ich nehme wieder sieben Minuten auf ihr könnt jetzt gleich mal wenn ihr dieses Video gesehen habt auf meinen Kanal gehen mit dem Namen GTL-Movies oder sucht einfach Mr.Kintzim 98 und ich mach einfach einen Link unter das Video ja ich denke mein echter Name dürfte nach meinem Nickname da sein ich heiße Oskar ja ich heiße Oskar ist ja wie passt der hört man ja in dem Nickname 1598 naja ich würde jetzt gerne ein paar Schäfchen jetzt ist schön ein schönes Dingsbums oh wird noch XP Stufe 1 wer hätte ich jetzt so ein paar Schäfchen wäre es alles schön sie müssen wirklich immer mal einen Mod finden zum Schafe finden ähm ja also wenn ihr einen Mod kennt mit dem man Schafe finden kann ähm schreibt es unten in die Kommentare oder mach einfach einen Link dazu ähm ja das Village ja das Village speziell ziemlich weit vom Village nicht so gut ich geh mal kurz hier rauf weit und breit nicht ein sonst was Fick so ein Fahrrad wir gucken auch Kinder dazu weit und breit kein so ein schönes ja ja die Musik ist doch schon viel besser Orgelmusik auf freier Fläche oh doch keine Orgelmusik oh yeah Hawaii ja da könnte man ja gleich wieder unsere Röcke oder Beieröcke rausholen die aus Bambus bestehen ja ich bin der Oskar wie ich vorhin schon gesagt habe ja natürlich von Mr. Oskar ja meine Freunde zum Beispiel T-Tay nenne ich mich auch gerne Mr. Dumdum 98 den haben finde ich jetzt nicht so schön du 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 ja ich hätte jetzt voll Bock auf Rolle Hätte ich doch bloß Wolle ja sing ja wollte hätte ich bloß Wolle Petri dann wäre alles schön Holz habe ich wie Sau nur keine Wolle Petri jetzt frage ich mich scheiße wo es die Schluchten ich vorhin gefunden hatte nicht dass hier ein böser Enderman Sport und Wolles natürlich Wolles das ist die Obsidian das ist nur ein Schatten das sagen hat sie zu Wolles Wolles Ohr Kohle am laufenden Band hab ich ja auch noch nie gesehen war es einfach so gut Wolles sind da aber keine Schmerz ja und jetzt ist nicht so gut ähm die 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 ahnen das ist natürlich super wenn man nach dem Update darauf klären kann nach scheiße wissen was ich jetzt machen soll weil ich ja leider kein es ist wirklich gut Schafe zu haben ja es wird schon ja ja okay das war jetzt auch schon Folge 1 ich werde jetzt mal gucken wie ich die Nachbar bringe das seht ihr dann in der nächsten Folge alles klar Leute bis dann euer Mr. Timzmach90 Ciao